Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? Die allererste Folge unseres neuen Podcasts hier bei Radio-Essen. Wer war das denn jetzt, Joshua? Nein, es war Tobi. Joshua hatte ja gerade schon erzählt, dass er ziemlich aufgeregt ist. Ja, das ist wirklich so. Also erste Podcast-Folge und wir wissen ja alle noch nicht, was passiert. Und bei mir ist das so, wenn ich aufgeregt bin, dann stinke ich. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also ich kann sagen, gerade als ich reinkam, ich kam ja als Letzter jetzt ins Studio nochmal, war alles okay. Ja, okay. Das wird sich noch ändern. Hast du deine Erfahrungen mitgemacht? Ja, an meinem ersten Unitag, das weiß ich noch. Ich bin da ins eiskalte Wasser gesprungen. Ich hatte die ganze Orientierungswoche, wo man sich kennenlernt, nicht mitgemacht. Und deswegen saß ich da zwischen 100 fremden Menschen und ich habe auf einmal angefangen zu schwitzen und vor allen Dingen zu stinken. Und das war mir so unangenehm, mitten in diesem schönen Hörsaal. Ich sehe unsere Einschaltquote einfach im Sinkflug gerade, wenn wir einsteigen. Nee, man riecht uns ja nicht. Das stimmt, das ist gut. So, genug vom Menschlichen Ausdünnstung. Fängt ja schon mal gut an. Fängt ja schon mal gut an. Lass uns quatschen, was uns diese Woche bewegt hat. Ich habe irgendwie nur harte Sachen aufgeschrieben. Hat irgendjemand was Schönes, Lockeres, Leichtes? Lass uns doch mit dem Sommerhit anfangen. Mit dem Sommerhit. Ich habe mir schon gedacht, dass du darauf hinaus willst. Ja, Senorita. Senorita von Shawn Mendes und Camila Cabello. Ist das jetzt offiziell? Ja. Tobi. Entschuldigung. Du arbeitest beim Radio. Aber in den Nachrichten, da kriegt ihr das nicht so mit, was Musikalisch sonst um ihn herum vielleicht passiert. Also ich habe wohl mitgekriegt, dass das vorher schon mal, es gibt ja immer so Umfragegeschichten und so und da stand das schon mal im Raum. Aber jetzt die finale Bestätigung ist tatsächlich an mir vorbeigekommen. Ich frage mich immer, muss das immer Spanisch sein? Wir haben, glaube ich, die letzten zehn Jahre gefühlt immer spanische Sommerhits. Die letzten zehn Jahre, ja, also vor zehn Jahren war es ein deutscher Hit. Nämlich? Ich glaube vor zehn oder vor zwölf Jahren. Mambo No. 5. Ja, das hört sich da jetzt auch nicht so direkt deutsch an, oder? Er singt schon oft. Er war Lateinamerikanischer und er singt auch Englisch. Mambo No. 5, ja. Aber Lou Vega ist Deutscher, glaube ich. Ja, genau. Oder kommt aus Hamburg, glaube ich. Ja, aber Senorita ist jetzt auch nicht auf Spanisch. Es sah auf Englisch aus. Was ist denn Senorita? Ja, aber das ist ja schon. Ja, aber der Titel ist Spanisch. Einigen wir uns darauf. Ich glaube. Also es hat mich auch überrascht. Also ich hätte ja zum Beispiel Calma von Pedro Farruko. Pedro, auf jeden Fall auch was Spanisches. Ja, also ich weiß auch nicht. Deutsch können wir, ich glaube wir können nur so Herbsthits und sowas. So November Ray. Aber ganz ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, dass so jemand wie jetzt Max Mutzke oder Tim Bensko oder wie sie alle heißen, diese ganzen deutschen Gitarrenbarten? Nee, die jetzt nicht. Aber doch, doch. Aber wenn die Spanisch singen, auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, Alvaro Soler. Und anfängt so Gitarre zu zupfen vielleicht, ja. Aber Max Giesinger? Nee, also wie gesagt, das sind so klassische Herbsthits. Wenn es regnet draußen, dann kann man mal Max Giesinger hören. Und ich finde den toll, muss man sagen. Aber es ist kein Sommer-Hit-Typ, finde ich. Nee, finde ich auch. Aber es ist auch einfach die deutsche Sprache, glaube ich, teilweise. Also ich muss gestehen, Senorita finde ich sehr schön. Finde ich einen coolen Song. Aber dafür, dass der ja eigentlich schon länger in den Charts sein soll und sehr gut tanzbar sein soll. Das sind ja so Voraussetzungen für einen Sommerhit, also offizielle, finde ich. Also er ist sehr gediegen und er ist auch erst seit ein paar Wochen gefühlt in den Charts. Also es sind jetzt nicht unbedingt die Voraussetzungen, die ich jetzt da erfüllt sehe. Aber ist egal. Wir freuen uns. Ich finde den Song gut. Es kommt ja immer ein bisschen auf den Sommer an. Wenn es jetzt eher ein entspannter Sommer ist, finde ich auch entspannte Musik gut. Wenn viel passiert, darfst du noch ein bisschen. Woran machst du denn entspannt ein Sommerfest? An meinem persönlichen Gefühl. Nee, weiß ich nicht. Ich finde, sehr viel schönes Wetter hatten wir diesen Sommer. Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich entspannte Musik ganz gut. Okay. Also sollte am besten jeder seinen persönlichen Sommerhit haben. Im Optimalfall schon. Ich habe auch meinen persönlichen Sommerhit. Sag mal, bitte. Senorita. Nee, ich weiß gar nicht. Also es gibt ja so viele, aber nee, ich weiß nicht. Also ja, aber es stimmt schon. Irgendwie hat ja jeder seinen eigenen Sommerhit. Ich habe zwei. Bitte? Also tatsächlich einmal Kalmar von Pedro Capo und Farruko. Ich versuche das immer, das R zu rollen. Nicht, dass ich Spanisch kann, aber es klingt auf jeden Fall sehr souverän. Ja, danke schön. Und das zweite ist Sonne in die Stadt, glaube ich, heißt. Ah. Von Banda Senderos und den 257er. Das finde ich einen großartigen Song. Finde ich richtig geil. Finde ich schade, dass der gar nicht bundesweit so eine Aufmerksamkeit im Moment bekommt, wie er verdient hat. Noch nicht. Noch nicht. Ja gut, aber vielleicht im Winter. Aber wenn die Sonne da scheint. Bitte? Noch nicht so lange wieder im Radio am Start, aber der neue Song von Seed ist für mich recht weit. Lass ihn gehen, ja. Ist auch sehr cool. Finde ich auch super. Finde ich auch gut, dass Sie wieder dabei sind. Jetzt nicht zwingend der Sommerhit irgendwie, weil recht später irgendwie veröffentlicht worden ist. Und nicht auf Spanisch. Und ist sehr ruhig. Berlin auch nicht die klassische Sommerstadt in Deutschland. Aber ich dachte, ich werfe auch noch mal was ein. Fand ich zumindest sehr gut zuletzt. Ist auch gut. Nee, um Gottes Willen. Das Lied wiederum kenne ich nicht. Nein. Ist das jetzt bitter oder? Ja, kommt drauf. Es läuft noch nicht im besten Mix, aber wir haben es in den Radio Essen-Hurtschatz zum Beispiel schon. Ja, guck mal. Also von daher, nächsten Samstag einfach mal reinschalten. Ich bin dabei. 17 bis 20 Uhr. So. Ich muss jetzt härter werden. Sozeit, ja. Ich fand das diese Woche so schockierend. Mit dem 90-jährigen Opa. Ja, das stimmt. Also es ist ja die eine Sache, wenn man jemanden ausraubt. Also auch zu Hause. Ja, das ist schon scheiße. Das ist ja für viele vom Kopf her auch schon ein blödes Gefühl, wenn man weiß, da waren fremde Menschen in meiner Wohnung. Aber warum muss man diesen alten Mann regelrecht zusammenschlagen? Es will nicht in meinen Kopf rein. Das ist mir auch egal, ob die Täter Thomas oder Mohamed hießen. Das ist einfach so ein Verhalten, was ich einfach so unglaublich drecksfeige empfinde. Was soll der 90-jährige Mann machen? Der wird sich zur Not in die Ecke setzen und das über sich ergehen lassen. Alles ist gut. Ich will es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, aber was muss man für ein Hund sein, wenn ich das so sagen darf, um sowas zu machen. Es ist halt auch so ein Ding, was, glaube ich, wirklich absolut ganz tief sitzende Ängste irgendwie so nach vorne bringt und auslöst. Es ist dunkel, es ist nach Mitternacht gewesen, du kommst nach Hause, du rechnest nicht mit irgendwas. Dein Zuhause, also deine vier Wände, dein eigentlicher Schutzraum und dann da sowas zu erleben und quasi so überrascht zu werden von Menschen, die maskiert in deiner Wohnung auf dich warten, ja, fand ich auch sehr unangenehm. Aber tatsächlich, ich versuche mich immer wieder seitdem in die Täter rein zu versetzen. Da ist ein vermutlich etwas gebrechlicherer Mann, nehme ich zumindest mit um die 90 Jahre an, der da vor denen steht. Und warum, was geht in mir vor, dass ich der Überzeugung bin, ich muss diesen Mann, diesen alten Herrn persönlich beziehungsweise körperlich angehen. Es will nicht immer einen Kopf rein. Das ist, glaube ich, auch gut so, dass wir uns das nicht vorstellen können. Ja, aber da staut sich in mir dann so viel Wut auf. Ah, schlimm. Ja, stimmt. Wut ist mein Stichwort. Ich habe den Facebook-Post dazu, den haben wir auch abgesetzt gestern Abend auf der Radio Essen-Seite. Gestern heißt am Mittwochabend. Richtig, am Mittwochabend. Gut, dass du sagst, je nachdem, wann man den Podcast hört. Und Wut war da tatsächlich genau ein Stichwort, das mich dann wiederum sehr viel Arbeit und auch innere Ruhe gekostet hat, weil es dann irgendwie darum ging, natürlich war die Beschreibung eine südländische Herkunft. Und es ging dann natürlich auch relativ schnell so in die Ecke, die Herkunft des Täters und warum berichten wir nicht darüber, spielt die eine Rolle für die Tat? Und wie viel Wut, auch ohne im Zweifel den Artikel gelesen zu haben oder sich damit beschäftigt zu haben, da auf der Seite irgendwie ausgegossen wurde in alle möglichen Richtungen, auch schwierig. Da frage ich mich dann immer, ob das ein Problem der bundesweiten Medien ist oder ob man die Wut der Menschen nachvollziehen können muss auf gewisse Art und Weise, wenn man sich überlegt, was die letzten Schlagzeilen waren. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel der 90-Jährige. Ich habe gesehen, wenn wir über bundesweite Medien sprechen bei der Bild-Zeitung, war ja auch sehr stark frequentiert dieser Artikel, also haben viele Menschen gelesen, ist also auch über Essen hinaus bekannt geworden, dieser Vorfall. Dann der Vorfall natürlich am Frankfurter Bahnhof, dann diese Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung in irgendeinem Schwimmbad in Deutschland. Leider Gottes auch mit Migrationshintergrund. Da ist natürlich klar, dass ich als Mensch, der tagtäglich Nachrichten konsumiere und immer nur mit Migrationshintergrund lese, dass ich dann sauer werde, dass ich dann natürlich nicht so, nicht so, nicht zwingend so differenziert bin und so denke, naja gut, aber einer sind ja nicht alle. Das ist dann nochmal was anderes. Aber ich verstehe, dass man da aufgrund der Fülle dieser Meldungen schnell dazu neigt, Vorurteile zu schließen. Man muss ja immer sagen, die machen das ja nicht, weil sie aus einem bestimmten Land kommen, ne? Also das hat ja nichts unbedingt mit Kultur zu tun, das hat wahrscheinlich einfach auch viel damit zu tun, dass sie einfach psychisch krank sind. Also bei vielen Menschen ist das ja so. Ja. Und viele, viele wissen oder viele halten das nicht auseinander und sagen dann, ja. Der kommt von daher, dann ist es ja auch. Achtung, jetzt haue ich was Hartes raus. Ich weiß nicht, ob es Kultur ist, aber zumindest Erziehung. Ich hab jetzt die Tage, da ging's auch um, ob man die Kinder von IS-Rückkehrern oder zumindest von ausgewanderten IS-Kämpfern zurückholen soll und ich hab die Kinder da schreien gesehen und ich hab so gedacht, mein Gott ey, die kleinen Dinger, die wissen noch gar nicht, was in ihrem Leben los ist. Die wissen nicht, ob IS oder Deutschland, Bagdad und ich weiß nicht, wo sie sind, sein könnten. Wenn, wenn die eine ganz normale Erziehung hätten, ohne, ohne extremistischen Hintergrund oder was auch immer, dann wäre das scheißegal, wo die aufwachsen und was die für ein... Aber ich glaube, dieses ganz normal ist wahrscheinlich das Problem. Ja, deswegen ja, deswegen sag ich, natürlich kann das auch eine Kultur sein oder jemand, der, der von Natur aus eine andere Sicht auf die Welt hat und deswegen, glaube ich, ist das viel Erfahrung und Erziehung leider Gottes. Du guckst so skeptisch, du duierst. Ja, weil ich glaube, also ich kann das alles verstehen, ich glaube aber gerade deshalb ist es extrem wichtig, da zu differenzieren und sich selber immer wieder zu hinterfragen und zurückzunehmen und auch wirklich zu gucken, okay, geht es denn da um einen kulturellen Hintergrund oder hat es möglicherweise was mit einer Herkunft zu tun oder eben einfach nicht, sondern zum Beispiel mit einem Aufwachsen, in welchem Umfeld, was für Chancen hat derjenige, wie sind so Sachen wie Erziehung, Bildung, aus welchem Milieu kommt der, wie ist der mit Gewalt konfrontiert gewesen, wie ist der psychisch unterwegs, also bevor jemand gewalttätig wird oder kriminell wird, gibt es in der Regel ganz, ganz viele Dinge, die dazu führen und die dazu beitragen und es so monokausal auf eine Herkunft zurückzuführen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Vorurteil ist oder wenn man so schnell dahin kommt oder sich so mitreißen lässt, halte ich halt tatsächlich für sehr gefährlich und da muss man sich immer wieder hinterfragen, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es einfach ist, ich glaube, das geht sehr schnell und man hat natürlich Vorurteile, das ist auch ganz normal, aber sich da immer wieder zu hinterfragen und gerade wir als Medien, finde ich, haben dann schon auch die Verantwortung, das immer wieder zu hinterfragen. Ja, aber ich bleibe dabei, wenn du als der jetzt nicht in den Medien arbeitet, sondern wirklich einfach nur derjenige bist, der Medien konsumiert und nicht nur aufbereitet und dann diese Fülle der Nachrichten, dieser in Anführungszeichen schlechten Meldungen Tag ein, Tag aus siehst. Dass der Eindruck entstehen kann. Dass der Eindruck entstehen kann und dass du natürlich auch nicht dich jedes Mal zwei Wochen lang mit jedem Fall auseinandersetzt, was könnte das für Ursachen gehabt haben, zumal du das ja in der Regel auch nicht erfährst. Also ich verstehe, dass Menschen dann entsprechend darauf reagieren, dass das nicht richtig ist, steht wieder auf dem anderen Papier. Das ist kaputt, genau. Aber das ist, nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, Penner, die den 90-Jährigen. Ich wollte gerade sagen, egal wo jemand herkommt, geht einfach gar nicht. Also jemanden, der so alt ist, so geprächtlich. Ja, das ist einfach nur feige und Gewalt hat noch nie was gebracht, oder? Lass mich überlegen. Was auch vielleicht beim Boxsport, aber selbst da ist es ja keine Gewalt, das ist Technik. Da spricht der Sportler. Absolut. Absolut. Der noch nie geboxt hat in seinem Leben, aber... Mit den riesigen dicken Oberarmen, die er nicht hat. Nee, schön. Ja, was ich auch, wo wir gerade bei den harten Themen sind, was ich krass fand, in Kupferdreh wird sehr viel im Moment Graffiti rumgesprüht und es regt natürlich die Kupferdreher auf. Mich persönlich auch. Ich finde das unfassbar hässlich. Es gibt so einfach so Text, wie man sagt, oder diese richtige Bilder? Nee, nee, Bilder wäre schön. Das finde ich ja sogar teilweise, wenn die so bunt sind und Häuserwände und so schön machen, dann finde ich das ja auch gut, wenn da was hintersteckt und das auch legal ist. Aber nur dieses Rumgesprühen mit irgendwelchen Zahlenkombinationen und Buchstaben, das ist einfach hässlich. Bin ich ganz bei dir. Wenn ich da draußen jetzt aus unserem Radio Essence Studio schaue und diesen Stromkasten oder was das da hinten ist, sehe und auch nur irgendwelche Kritzeleien drauf sind, drauf gesprayt sind, das ist doch... Ja, ich verstehe auch nicht, was jemand davon hat. Also... Ja, das ist... Was hat ein Hund davon, dass er vor dem Baum pinkelt? Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ja, ich mag hier eben. Der Hund nimmt ja nichts mit. Der ist ja voll ausgestattet, wenn er an so einen Baum geht in der Regel. Der macht das ja einfach so. Aber... Also, Tobi ruft auf, liebensprayer, pinkelt lieber an Häuserwände, anstatt sich zu besprühen. Ja, ganz im Ernst, vermutlich ist es zumindest einfacher zu entfernen und hält nicht so lange. Ich weiß nicht, ich kenne da nicht so genau mit aus, aber... Wenn du hier an so einen Stromkasten pinkelst, was passiert dann wohl? Ich glaube, der ist gut gesichert, sonst wüsste ich nicht, was bei jedem Regen passiert. Ja gut. Stimmt. Auch schau. Probieren wir es aus. Kurze Pause. Aber ich finde es halt so schlimm in Kupferdrehen, weil das auch Denkmäler waren, die dann auch besprüht werden. Ach echt? Ja, und das war ja so der Aufreger auch und das finde ich halt so, auch da ist ja irgendwo so eine Grenze im Kopf, wo du denkst, warum mache ich jetzt ausgerechnet das, was alle irgendwie schön finden, warum mache ich das jetzt hässlich? Ja, das ist diese Zerstörung heutzutage. Genau, es macht keinen Unterschied, ob jemand in der Bank zertritt oder irgendwo... Warum schlagen Menschen an der Bushaltestelle die Scheibe ein? Ja, verstehe ich auch nicht. Mein Gott. Grenzen testen. Geh Sport machen, Junge. Oder Mädchen von mir aus. Zu viel Energie. Zu viel Energie oder einfach... Schuss weg. Sag mal, wie das... Penner. Punkt. Penner. Ich habe es vorhin schon auf den Punkt gebracht. Das ist unser Stichwort heute. Penner. Ja, also... Habt ihr schon mal gesprayt? Hattet ihr so ein... Oh, da kommt der wieder. Bei Paint auf dem Computer. Da gibt es auch eine Sprühfunktion. Aber das war mir auch schon zu langweilig. Aber Tobi scheint... Nee, ich habe kurz überlegt, ob ich das erzählen kann oder ob ich da jemandem mit zu nahe trete. Ein Freund von mir hat das tatsächlich eine Zeit lang gemacht, aber... Ein Kupferdreh übrigens. Nee, aber das war so ein Szene-Ding auch tatsächlich. Also erstens konnte der das tatsächlich auch gut. Also das war nicht nur irgendwie hinge... Hingerotzt und geschmiert. Kann man immer noch drüber streiten, ob das in Ordnung ist oder nicht, weil es natürlich auch nicht legal war. Aber es sah jetzt nicht so... War nicht halt so eine Rotze, sondern sah schon ganz gut aus zum Teil. Und es ist halt echt so ein Szene-Ding. Also es gibt dann ja auch 15 Millionen verschiedene Tags, die irgendwelche Bedeutungen haben, die für irgendwelche Crews stehen. Also so Gruppen von Sprayern, die irgendwelche Reviere dann verteidigen und so. Also ganz komische Szene. Ich bin da nie so richtig eingetaucht, aber habe da am Rande mit zu tun gehabt. Wenn man in der Szene drin ist, kann man das wahrscheinlich alles nachvollziehen. Aber für mich als Außenstehender, denke ich mir so, boah, langweilig. Also wirklich, mach was Besseres mit deinem Leben. Also wirklich, geh laufen, geh Fußball spielen. Ich weiß nicht, zock an der Playsee. Ja, aber es ist auch so der Kick. Also wie gesagt, ich weiß es nicht von mir selber, aber er zählt ja halt auch. Das ist auch so dieses, ein bisschen der Kick des Verbotenen oder erwischt zu werden oder... Einen Stromkasten voll zu schmieren. Ja, oder eine Bahn oder an einem Bahnhof oder so. Ja, ich weiß auch nicht, ob das Kunst ist oder ob das wirklich einfach nur dazu da ist, um zu sagen, das ist mein Stromkasten. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und Leute, die das tatsächlich gut können, das sieht schon nicht so schlecht aus. Ja, aber da sind wir ja wieder bei den Bildern. Das ist was anderes. Ja, na klar. Es geht ja jetzt um die... Ja, das, was hier jemand hinten rotzt, das ist jetzt keine Schmierereien. In meinen Augen. Was ich zum Beispiel gut finde, an der A42 wurde ja auch jetzt gesprüht, ganz legal in den richtigen Aktionen. Das sieht ja auch schön aus. Anstatt so einen Betonpfeiler hast du da wenigstens ein bisschen bunt. Absolut. Aber da ist ja auch Konzept hinter. Südostviertel auch, diese Wände, die man quasi legal immer wieder, die übersprüht werden und dann wieder mit anderen neuen Bildern und so. Ist auch ganz cool. Und sieht auch tatsächlich ganz gut aus. Wo wir gerade bei Bahnhof waren. Mhm. Du bist gerade mit der Bahn hier hingefahren. Ich will gar nicht auf dein Erlebnis in der Bahn eingehen. Er ist nämlich auch auf einen sehr aggressiven Menschen dort getroffen in der U-Bahn. Was? Ungewöhnlich aggressiv. Ich war alleine mit ihm im Waggon und er hat rumgeflucht, als ich eingestiegen bin. Ich dachte mir, okay, habe ich irgendwas Falsches gemacht? Aber nein, es war wohl nicht wegen mir. Er hat irgendeine Frau beleidigt und ich dachte mir, hör bitte auf, sonst steige ich auch in der nächsten alte Stelle aus. Er ist dann zum Glück ausgestiegen. Du hast gedacht, er hätte Tourette. Du hattest es gehofft. Ich hatte es gehofft, weil er sehr viel und wild beleidigt hat. Und ich sag mal, wenn es Tourette ist, dann ist das irgendwie okay. Dann weiß man damit umzugehen. Aber er hat halt dann auch relativ schnell aufgehört. Und dann war für mich klar, es ist kein Tourette. Es ist einfach Aggression offensichtlich. Und da wurde mir dann ein bisschen mulmig. Aber jetzt bin ich hier und heil angekommen. Und wir hoffen, du hast niemanden mitgebracht, mein Freund. Nee, aber ich finde es immer schön, mit der Bahn zu fahren und am Hauptbahnhof auszusteigen. Da laufen ja unglaublich viele Menschen rum. Ich wollte gerade sagen, auf die Nummer wollte ich nämlich heraus. Ja, der hat mir das schon vorher erzählt. Habe ich ihm schon erzählt. Ich habe nämlich jemanden gesehen, der ganz entspannt in Badelatschen und Bademantel einkaufen gegangen ist. Im Drogeriemarkt, da unten im Bahnhof. Und da dachte ich mir, das hat Stil. Ich würde mich sowas niemals im Leben trauen. Das Lustige ist, wenn du im Urlaub auf Mallorca wärst, alle würden so denken, check, der ist geschehen. Wenn du es hier machst, alle so, oh Gott, wo ist der ausgebrochen? Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt damit einkaufen gehen wollen würde. Ich glaube, wenn ich bei mir zu Hause auf der Margaretenhöhe zu Edeka oder wo auch immer hingehen würde, da würde man doch eher sagen, was ist denn mit dem Windelschmidt los? Die Frühsticht hat ihn geschädigt. Ja, ich glaube, da kann man das nicht so machen. Aber so am Hauptbahnhof, wo wirklich alle Menschen rumlaufen, ist das voll in Ordnung. Und wie gesagt, ich fand das hat Stil. Das ist entspannt. Er steht dazu und zieht das durch. Seid ihr schon mal im Bademantel vor die Tür gegangen? Habt ihr überhaupt einen Bademantel? Ja. Ehrlich? Ihr habt einen Bademantel? Ja, ja. Selten habe ich den an. Also ich gehe regelmäßig in die Sauna zum Beispiel. Da ist schon mal ganz gut einen Bademantel zu haben. Und im Winter ist es auch voll angehen. Geht man da nicht nackt rein? Ich bin jetzt nicht so der Sauna. In die Sauna gehst du natürlich nackt. Aber du hast deswegen ja trotzdem hin und wieder, kann man sich da ja mal was überwerfen. Und da ist sowas ganz hilfreich. Außerdem finde ich so im Winter zum Beispiel, wenn man irgendwie aus der Dusche kommt und es ist super kalt, dann, ja was? Dann in die Winterjacke ist nicht so angenehm. So, genau. Und dann einen schönen Bademantel drüber. Der ist halt auch kuschelig. Kuschelig und flauschig. Ja. Was du das so belächelst, verstehe ich überhaupt nicht. Du bist auch so der Flauschbär von uns. Was? Ja sicher. Du immer mit deinem Nicky-Stoff und so hier. Ja, das ist schön. Nee. Mit deinen Rollkragen-Pullis. Ich kann dir ja meinen Bademantel mal ausleihen. Nee, danke. Nee. Wolltest du noch was Spezielles hinaus mit der Frage? Oder wolltest du nur wissen, ob wir Bademantel tragen? Habe mich mal interessiert, weil ich mich letztens noch mit irgendwem drüber unterhalten habe und mich gefragt habe, wer einen Bademantel überhaupt hat. Ich glaube, das war mit meiner Freundin. Sie hat auch einen. Aber sie trägt den zum Beispiel nie. Also deswegen, Bademantel sind für mich eine der überschätzten Sachen, die es gibt. Meine Freundin hat zwei. Ich plaudere aus dem Nähkästchen einen für zu Hause und einen für die Sauna. Welches ist der schönere? Der schönere ist der für zu Hause. Habe ich auch nicht verstanden. Ich würde ja dann sagen, dann ist das der Ausgeh-Bademantel und der schönere. Aber sie geht mit dem Alten in die Sauna, weil der kann ja mal was drankommen oder man verliert den vielleicht oder so. Und der schönere ist. Soll der da drankommen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie setzt du dich in eine Pommes oder so. Was hat so passiert im Leben? Ja, was hat so in der Sauna alles rum? Ja, da gibt es ja, man kann ja auch da was essen. Wer weiß. Was willst du denn für eine Pommes? Ich kann ja auch nur die Logik wiedergeben, so wie ich sie wahrnehme. Ist ja nicht meine. Wie sieht denn der Bademantel aus? Der Ausgeh-Bademantel? Der Ausgeh-Bademantel ist also relativ eltlich schon und rot. Was ist denn eltlich? Er hat schon ein bisschen in die Jahre gekommen, möchte man sagen. Ja gut. Und der Schöne für zu Hause ist rosa und hat schwarze Punkte. Schönheit liegt auch wie Kunst im Auge des Betrachtens. Ich kauf dir das ab mit dem rosa. Nicht meiner, der von meiner Freundin. Ja, ja, aber du hast den bestimmt auch schon mal an. Stefan, hattest du noch nie einen an, einen Bademantel? Hm, also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, ne? Ja, dann darfst du dir auch kein Urteil erlauben. Wer einmal drinsteckt, der möchte nie wieder raus. Nicht mal zum Einkaufen. Ja. Ich geb dir mal einen mit. Wir machen das zu einem kleinen sozialen Experiment. Ja. Hast du schon mal ein Buffalos getragen, so richtig schöne Plateauschuhe? Nein. Warum nicht? Weil ich andere schöne Schuhe habe. Aber das weißt du gar nicht, du hast es noch nie getragen. Noch nicht. Aber ich bin offen dafür, Stefan. Wenn du mir welche mitbringst, dann ziehe ich sie gerne an. Lass uns über den Tod sprechen. Oh. Ja, das wird Zeit. Das wird Zeit, es ist einfach zu dramatisch mit euch. Der neue Friedhof von Rotwass Essen. Ja. Also, der demnächst eingeweiht wird. Ja. In zwei Wochen ungefähr, am 21. August. Was findet ihr da? Wie findet ihr das? Ich finde das mega gut. Ich meine, also, ich habe jetzt nicht den riesen Fußballbezug in Sachen Friedhof. Ich würde auch zum Beispiel nicht heiraten irgendwie im Verein oder so. Aber ich finde eigentlich alle Formen der Bestattung, die über das Normale hinausgehen, was so ein bisschen persönlicher ist und wo jemand einen tatsächlichen Bezug zu hat, finde ich immer gut, weil ich finde, dass Trauer und Tod was mega Persönliches sind. Und jeder, der die Möglichkeit hat, das dann so irgendwie auszuleben, also dann nicht mehr, aber nach dem Tod quasi fortzuführen, finde ich großartig. Also, ich finde die Idee super. Ich finde das auch gut, weil du, wenn du so ein Fan von einem Verein bist, dann bist ja dein Leben lang Fan von diesem Verein und du gehst ja auch zu jedem Heimspiel hin, du trauerst mit, wie Tobi gerade auch sagte, du fieberst mit und irgendwie ist das ja dann auch ein Teil von dir. Du hast immer ein Gesprächsthema, wenn du im Urlaub bist und sprichst immer über Fußball zum Beispiel, das geht mir immer so. Da kommst du immer mit Menschen ins Gespräch, auch wenn es jetzt nicht zwingend nur über Rot-Weiß-Essen ist, aber du kommst immer ins Gespräch. Es ist immer irgendwie in einem drin und es gehört dazu. Und ich finde, wenn du schon dein Leben lang Rot-Weiß-Essen-Fan bist, warum nicht auch darüber hinaus? Ich glaube einfach, dass das ein schönerer Gedanke auch ist. Ich meine, wenn du sonst beigesetzt wirst, wenn du jetzt gerade nicht im erweiterten Familienkreis irgendwo beigesetzt wirst mit anderen, die da schon bestattet sind, dann liegst du ja sozusagen zwischen mutmaßlich Fremden und so. Ich meine, so kennst du die RWE-Fans um dich herum auf diesem Friedhof, vielleicht auch nicht persönlich, aber du hast etwas, wo du weißt, es ist etwas sehr emotional Intensives, was dich verbindet, im besten Fall in Anführungszeichen über den Tod hinaus. Und das finde ich halt so einen schönen Gedanken, dass man sagt, Mensch, ich mag vielleicht Personen links und rechts nicht kennen, aber ich weiß, dass sie die gleiche Leidenschaft hatten wie ich. Das finde ich schön. Ich stelle mir das auch an der Beerdigungsfeier tatsächlich ganz schön vor, weil man dann Opa Luscheskowski singen kann. Auch der Orgel, das fände ich mal schön. Ja, aber zumindest weiß man, also kennt man ein bisschen, weiß man ein bisschen was von dem Menschen, der da dann liegt und hat so ein gemeinsames Thema, über das man irgendwie auch sprechen kann. Und auch sowas verbindet ja irgendwie und gibt ein bisschen Trost. Finde ich eigentlich ganz nett. Ja, bin ich mal gespannt, wie groß das wird. Apropos Friedhof und Kirche, das ist eine super Überleitung. Auch ich bin auch... Du meinst den Einbruch in der Kirche, die Glocken da? Ja, guck mal, ja sicher. Ja, sicher. Von Sonntag auf Montag, ausgerechnet in der Nacht auf Montag, wo alle wieder anfangen müssen zu arbeiten, hat in Frohnhausen eine Kirchenglocke geläutet und auch Vollgas gegeben eine halbe Stunde lang, damit auch wirklich jeder in Frohnhausen und Umgebung wach ist. Und ich glaube um ein Uhr war das, mitten in der Nacht. Haben sich auch viele bei uns gemeldet in der Radio Essen Redaktion und auch bei der Polizei, da gingen unglaublich viele Notrufe ein. Und ich fand es halt auch natürlich für die Menschen traurig, die dann wachgerüttelt wurden. Aber du, selbst fandest du es ganz lustig? Ich fand es aber kurios, zumal keiner halt weiß, wie das passieren konnte. Und dann wurde ja die Vermutung angestellt, dass da wohl Einbrecher in der Kirche waren, die versucht haben das Licht anzumachen, damit sie auch sehen, was sie da klauen. Und dann aus Versehen die Glocken angemacht haben. Das ist auch irgendwie tollpatschig und lustig. Wenn es so gekommen ist, also wenn es so ist. Aber da gebe ich dir recht. Die Vorstellung fand ich auch sehr Slapstick-mäßig. Habe ich so gedacht, das könnte so eine klassische Hollywood-Komödie sein einfach. Ich sage ganz ehrlich, man entwickelt als Nachrichtenredakteur, wenn man ganz viele verschiedene Themen so irgendwie in der Hand hat über die Woche, komische Vorlieben. Ich sage ganz ehrlich, der erste Satz, als ich hier reinkam am Montagmittag, ich hatte ja Spätnachrichten, war, dass das schon jetzt das beste Nachrichtenthema der Woche wird. Und das ist mein persönliches Lieblingsthema, diese Kirchenglockengeschichte, weil sie eben so kurios ist. Und weil sie mit dieser Einbrecher-These und jemand will das Licht anschalten und schaltet Glocken an und viele Leute kriegen das mit und mitten in der Nacht und jeder fragt sich, was ist da los und so. Also ich muss mich jetzt mal outen. Du fandest das super langweilig. Ich war's. Ich habe die angekaltet. Geschichte zu Ende. Nein, ich habe tatsächlich gedacht, es gäbe, und jetzt werden wahrscheinlich auch 90% der Hörer sagen, was ein Dummbeutel. Aber tatsächlich habe ich gedacht, Kirchenglocken würden teilweise noch per Hand irgendwie. Was ein Dummbeutel. Nicht alle, aber so ein paar, habe ich gedacht, oder vielleicht ein paar mehr, würden vielleicht noch per Hand geläutet. Und als ich dann gehört habe, naja, per Knopfdruck quasi, per Schalter, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, das stimmt. Ich hatte immer der Glöckner-Von-Notre-Dame-Szene vor meinen Augen und dachte, ach, wie romantisch. Und dann, ne, da hat einer einen Knopf angemacht und dann ist das hier rechts, links mit der Glocke hin und her gegangen. Offensichtlich, wie einfach das ist, so Glocken anzumachen. Ja, du denkst Knochenarbeit und krasse Typen und dann, ja, Knochenarbeit. Und dann gehst du einfach hin und, ja. Aber dass das dann, ganz kurz, dass das dann nicht schon öfter passiert ist durch einen Kurzschluss oder irgendwie so, das wundert mich eher durch einen Defekt, dass man sowas nicht dann schon öfter gehört hat, wenn das alles elektronisch abläuft. Also, ja, stimmt, ja. Da war es ja so, dass man halt, also die Kirche ist ja keine richtige Kirche mehr, sondern wird ja quasi umgebaut gerade unter anderem in Wohnungen und in andere Dinge. Eine Kita zum Beispiel kommt unten rein und durch die Bauarbeiten war ja alles offen da. So, und dann kann das ja relativ schnell mal passieren. Ich glaube, die letzte These aktuell ist ja tatsächlich diese Einbruchsthese mit dem Lichtschalter, kommt aber auch vom Eigentümer. Polizei ist da, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Aber wir sind mal gespannt. Ich stelle mir das doch mega lustig vor, wenn die Einbrecher, also ich stelle mir das so bildlich vor, die gehen da rein und denken, jetzt beuten wir mal hier richtig alles aus. Machen wir das Licht an, Kollege. Dann dünng, dünng, lass uns lieber abhauen. Also irgendwie, das war eine schöne Abschreckmethode, die sich quasi ein Eigentor... Für sich selbst. Ja. Und das ist auch insofern ein schönes Thema. Natürlich, in der Nacht war es irgendwie blöd für alle, aber es war halt kein Gewaltthema. Es war halt relativ... Aber vielleicht auch so ein Vandalismusthema, weil ein Eigentümer sagt, er hat auch Bierflaschen und irgendwie Graffitis in der Kirche bekommen. Graffitis, furchtbar. Nee, dann abscheulich. Ja. Ja. Vielleicht war das auch der Maler für die Kita, der ein bisschen bunte Wände bemalt hat. Und ein Feierabendbierchen getrunken hat und schon mal ein bisschen losgemalt hat. Kommt vor. Feierabend eingeläutet hat. So zu sagen. Ich hab gerade überlegt, ob ich nochmal sagen soll, dass ich es auch da war. Nicht nur die Graffiti, ich war alles. Ja, aber das mit dem Bier, dem Graffiti... Ja, Stefan. Klar, kennst du mich so, ne? Ja. Jeden Morgen in der Radio-Essen-Redaktion erst mal... Ja, du hast ja den Stromkasten hier vor der Redaktion bemalt. Nee, hab ich ja nicht gepinkelt. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Erst gepinkelt, dann gemalt. Meine Lieben, ich muss nochmal mich ärgern. Hm. Was ist denn los? Ich habe Hass, habe ich hier mehr drin. Das ist ein bisschen Wutbürger. Das ist halt mir lang. Ich kann gerade sagen. Ja. Ich gucke raus und Sonne scheint, das kann nicht so weitergehen. Nee, jetzt kurz überregional. Herr Tönnies, Schalke, diese Woche. Also, es gibt ja, wie das Drehs und Wenders, er hat es gesagt und egal, ob es ein Spaß war oder ob er es ernst gemeint hat, es macht die Sache nicht besser. Nee, und es macht auch keinen, ob der es vorbereitet hat oder ob ihm das spontan eingefallen ist und er hat es einfach... Es macht alles. Der Mann kommt da einfach nicht gut bei weg. Nein. Wenn er es spontan gemacht hat, muss man sich fragen, ist das offenbar ja so sein Redegebrauch? Dann passiert das halt mal so. Dann ist es doof. Wenn er es aufgeschrieben hat, dann muss man sich fragen, ob der Mann auch ganz bei Trost ist und es nicht vielleicht sich vorher überlegt hat oder mal einem Pressemenschen gegeben hat, der da drüber guckt. Also, er kommt dabei einfach nicht gut weg, egal wie man es dreht und wendet. Also, ich verstehe in dem Fall, dass man ihn sozusagen diesbezüglich, wenn ich das so sagen darf, maßregelt, also verurteilt, moralisch verurteilt. Wohingegen, weil dann einen Tag später, so als müsste man jetzt auf diesen Zug irgendwie aufspringen, was die Schlagzeilen angeht, hat man da dann auch in Dortmund Patrick Ovomoyela und Nobby Dickel angezählt und offenbar habe ich gelesen, aus dem Verkehr genommen, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, sie beim Freundschaftsspiel gegen die italienische Mannschaft Ithaka gesagt haben, wo ich mir so denke, ja. Wir sind die deutschen Kartoffeln. Ja, also man muss jetzt auch nicht einiger als der Papst sein. Es gab wohl noch eine Hitler-Imitation. Ich wollte gerade sagen, ja, aber dieses strenge Gesprochene, womit man, wir kennen das doch alle, wir haben es alle schon mal irgendwo erlebt oder so, diesen, ich nenne es jetzt mal Hitler-Sound, nachmacht. Tobi verdreht schon die Augen, weil ihm das jetzt zu flapsig ist. Ich muss nur, ich muss lachen über den Begriff Hitler-Schauen. Ja, wie viel jetzt gerade, ne, diesen Sprachduktus und überhaupt, ne, das, mein Gott, das ist, also, das, das, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, natürlich, absolut, so der, der Grad zwischen... Es ist ja auch der Unterschied, was ich sage und nicht zwingend, wie ich sage, also... Der Grad zwischen stilisierter Aufregung und tatsächlichem Rassismus ist sehr schmal. Und der ist auch medial gemacht, muss man auch sagen. Ich konnte auch ein bisschen Hollandisch sprechen und wenn ich jetzt was ganz Schlimmes sage, würde es das nicht besser machen, weil ich Holländisch spreche. Umgekehrt ist es nicht schlimm, nur weil ich, nur weil ich komödiantisch den, den, den Hitler-Akzent mal auspacke. Das sage ich jetzt mal, Hitler, immer sobald ich Hitler sage, fühle ich mich richtig gerade so, oh, darfst du überhaupt das Wort aussprechen? Ne, aber so, so... Ich finde es halt auch insofern interessant, weil es ja eben Patrick Ovomoyela gesagt hat oder gemacht hat, diese Hitler-Imitation und Patrick Ovomoyela ja auch Wurzeln hat. Ein altbekanter Nazi ist. Nein, aber Wurzeln hat die ja auch nicht in Deutschland liegen. Also ich finde, ihn dann auch nochmal als Rassist darzustellen, ich finde, das ist einfach viel zu übertrieben. Es macht es aber auch jedem Gegner, egal ob politisch oder sportlich, super einfach. Das stimmt. Also auch jetzt etwas breiter Bogen, andere überregionale Meldungen diese Woche, Herr Linnemann von der CDU, der möchte, dass man Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, nicht in die Grundschule lässt. Und es gibt eine Welle der Empörung und dem Mann wird Rassismus und keine Ahnung was vorgeworfen. Und eigentlich hat er nicht viel anderes gesagt, außer, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn Kinder erstmal, wenn sie in die Grundschule kommen, dann auch ein gewisses Maß an Deutschkenntnissen mitbringen. Und er hat auch nicht gesagt, niemand darf dann in die Grundschule, wenn er das nicht kann, sondern es ging darum, so eine Art Klasse Null einzuführen, wo man erstmal Deutschkenntnisse aufbaut. Soweit hat ihm aber offenbar gar niemand zugehört, weil halt die Stimme der Empörung so schnell, so laut wurde, dass das schon gar keine Rolle mehr gespielt hat, was er wirklich gesagt hat, weil sich irgendwie halb Deutschland darüber echauffiert hat, ob das jetzt Rassismus ist oder nicht. Also ich glaube, da kannst du dich, das ist echt ein Minenfeld. Ich habe einfach auch das Gefühl, dass das so ein bisschen mittlerweile in der deutschen DNA steckt, dass man schneller meckert als lobt. Ich weiß nicht, ob das schon immer schon war. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch viel einfacher. Warum ist das so? Also ich verstehe das nicht. Also warum meckert man erst? Ich glaube, das ist generell, glaube ich, die deutsche Kultur, so eine Meckerkultur. Ich weiß nicht, ob andere Länder das auch komplett so ausgeprägt haben wie wir. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das durch die sozialen Medien mittlerweile noch extremer geworden ist. Erst hast du dich in den sozialen Medien ausgetobt, hast da viel gehatet, was du immer noch machst oder was viele immer noch machen. Und jetzt, wo du aber in den sozialen Medien merkst, Mensch, ich bin nicht der Einzige damit, traust du dich auch zunehmend, das nach außen zu tragen. Und das, glaube ich, ist so ein Domino-Effekt. Ja, schade, dass es oft in die Richtung geht. Ist aber nicht wissenschaftlich bewiesen. Nee, stimmt. Wollte ich auch gerade sagen. Was das nicht wissenschaftlich bewiesen ist, danke. Ja, aber ich nehme das aber genauso wahr, finde ich auch. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall so ist, dass Sprache dadurch und auch das Auftreten, dass man dadurch schon tendenziell eher verroht, wenn man das in dem Kontext immer wieder irgendwie vorgelebt kriegt, dass das offenbar ziemlich akzeptiert ist gesellschaftlich, wenn man sich anguckt, was dann in sozialen Netzwerken abgeht, dass sich das irgendwann daraus weiterentwickelt, so in den normalen Alltag. Glaube ich, das ist jetzt nicht so weit weg, die These. Die asozialen Netzwerke. Tja, vielleicht auch. Ein Stück weit. Manchmal. Zum Fall Tönnies nochmal. Ja. Der Schalker Ehrenrat hat ja dann nochmal drüber beraten, ob das jetzt wirklich Rassismus ist oder nicht. Und die haben ja nur gesagt, das ist kein Rassismus, das ist nur Diskriminierung. Was es natürlich viel besser macht, womit man ihm natürlich auch völlig den Wind aus den Segeln nimmt. Also das habe ich auch nicht so richtig gecheckt. Also nur vor allen Dingen. Nur Diskriminierung. Was glaubt ihr, wie es ausgeht nach den drei Monaten, die er jetzt irgendwie erstmal die Ämter ruhen lässt? Der macht weiter. Oder? Ja, sicher. Der hätte sich mitnehmen lassen. Sonst wäre er jetzt weg. Also lässt die Ämter ruhen und tritt in drei Monaten zurück, das glaube ich nicht. Vielleicht macht das auch davon abhängig, wie in drei Monaten dann die Stimmung ist. So diesbezüglich. Ja, aber ich glaube einfach in drei Monaten ist, ja dann ist die Bundesliga wieder mittendrin und Schalke entweder im Abschiedskampf vielleicht ja tatsächlich wieder erwarten im Kampf um den Meistertitel oder um Europapokalplätze. Auf jeden Fall wird das Sportliche dann wieder so überwiegen in drei Monaten. Überleg mal, wir sind mittendrin, dann ist Anfang November. Da glaube ich, hat dann keiner Bock, sich nochmal zwei, drei Wochen über Clemens Tönnies auszukotzen in den Medien oder auch in sozialen Netzwerken und überhaupt. Ich glaube, er wartet einfach den Shitstorm ab. Manchmal dauert er drei Monate. In diesem Fall vielleicht auch aus Erfahrung. Hat einer von euch schon mal einen persönlichen Shitstorm kassiert? Nee, ne? Äh, nee. Also nicht so ganz Schlimmes. Ich muss aber auch sagen, dass ich echt vorsichtig bin. Nee, ich meine jetzt so, ja jetzt nicht für Radio Essen, sondern dass du was gepostet hast und Leute haben zurückgeschrieben, Tobi, das ist nicht lustig. Nee, meine ich auch. Aber ich habe es deshalb noch nicht erlebt, weil ich da tatsächlich vorsichtig bin. Also ich habe einfach keine Lust darauf, mich da rechtfertigen zu müssen, auch beim Teilen von irgendwelchen Thesen, Artikeln oder sonstigen Dingen. Also ich bin grundsätzlich jemand, der gerne und viel diskutiert, aber ich habe keine Lust darauf, dass über Monate oder über Wochen oder auch nur über Tage. Naja, über Monate, jetzt nehme ich mal nicht. Ja, ja, ich bin mal wegen mir auch nur über Tage, mich dann damit zu beschäftigen, mich von Leuten irgendwie unmounten zu lassen, digital, die ich im Zweifel nicht kenne, deren Meinung mir egal ist. Um meine Stimmung da irgendwie runterzuziehen und permanent mein Handy vibrieren zu lassen. Also ich glaube, dieses Gefühl, mal was Falsches und so gesagt zu haben, das habe ich auch. Und das ist dann vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwie mal ein Thema. Aber wir sind ja jetzt nun mal auch nicht berühmt. Also wenn wir jetzt was twittern, dann interessiert das vielleicht drei Leute und nicht 300.000 oder drei Millionen. Und ich glaube, deswegen hält sich der Shitstorm automatisch schon von Natur her irgendwie in Grenzen. Noch. Noch. Wer weiß, in welche Sphären ihr mit diesem Podcast vorstoßen werdet. Tja, absolut. So, mein Lieber, es wird Zeit. Sollen wir uns schon verabschieden, sagst du? Ja, allerdings möchte ich noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben. Das habe ich jetzt für mich festgestellt. Man sollte sich öfter Musikvideos anschauen. Joshua guckt mir. Ja, genau, das sagte deinem Dicker. Man muss sich öfter, ich gucke mir viel zu, also ich höre zwar die Musik hier bei Radio US im besten Mix, aber die Videos dazu, die Musikvideos, zu denen es ja fast zu jedem Song gibt es ja auch ein Musikvideo, gucke ich mir in der Regel nie an, weil eigentlich sonst keine Zeit. Aber jetzt habe ich es so einmal geschafft, MTV zu gucken und habe dann so 90 Prozent der Lieder laufen ja auch bei uns. Und das fand ich tatsächlich so, das klingt nochmal so viel geiler. Das hat mir bei vielen Liedern so viel mehr Stimmung nochmal gebracht. Also zur Zeit einer meiner Lieblingssongs, der auch bei uns läuft, der neu ist, ist Rescue Me von One Republic. Finde ich einen geilen, richtig geilen Song. Und jetzt habe ich das Video dazu gesehen mit einer richtig geilen Choreografie total abgedreht. Aber ich habe es so abgefeiert und dachte so, jedes Mal, wenn du jetzt diesen Song hörst, wirst du an dieses Musikvideo denken und einfach so denken, wie geil das einfach gemacht ist. Ich habe das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm mit Musikvideos. Das war ja mal so die Zeit, wo man in die Pubertät kam und dann fand man Viva ganz toll, gibt es ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und da gab es ja immer Musikvideos. Da war ja auch Spotify noch nicht so, also ein bisschen weitergeteilt. Und da hat man halt sich immer gefreut, wenn die Viva Top 100 samstags vormittags gesendet wurden, habe ich mir immer angeguckt. Natürlich gewartet, bis die Top 10 kamen. Und dann waren natürlich die Musikvideos immer dabei. Aber jetzt so mittlerweile in Zeiten von Spotify, von Radio Essen, gucke ich mir das nie an eigentlich. Ich finde geil, wie der Knippo hier seinen privaten Musikvideokonsum bei der Arbeit als Musikrecherche verkauft, über Rescue Me und seine musikalischen Stimmungen pusht. Ich muss noch ganz kurz sagen, oder noch empfehlen, ein Musikvideo, was ich gesehen habe, Ed Sheeran, ich glaube mit Khalid, neu auch Beautiful People. Ja. So geil. Es sind zwei, also es sind nur hübsche Menschen in diesem Video. Wir drei? Nur wir drei sind die ganze Zeit zusammen. Es sind wirklich nur hübsche Menschen, es geht nur um Reichtum und tolles Leben und so. Und dann ist da halt ein Pärchen, was halt durchschnittlich aussieht, so wie wir. Also wie ich, wie ihr nicht. Ihr seht natürlich toll aus. Ja. Aber, und dann wird immer gezeigt, wie die so ihr vermeintliches Instagram-mäßiges Leben abfeiern. Ja. Und die immer so mittendrin, es ist eine Poolparty und alle sich so am gegenseitig nass machen und gegenseitig einölen und so. Und sie kommen mit ihrer Kühltasche dahin, ja, bauen sich so ihre Liegestühle auf und diskutieren so ein bisschen und das ist großartig. Oder dann fahren die auf so einer Yacht, ähm, oder, ja, sind, ne, auf dem Wasser und dann da auch so vier, fünf Models, alle sich so am räkeln und am Sonnen. Und er sitzt daneben, dann auf einmal so Kalkbeweis mit roten Haaren. Im Bademantel. Ed Sheeran, ja. Hat so einen Eimer vor sich, so im Sinne von, ich muss mich gleich übergeben, weil mir das alles zu schnell und zu sehr schaukelt. Und das finde ich so wunderbar normal und so wunderbar schön. Deswegen meine Empfehlung, Beautiful People, Ed Sheeran und Khalid unbedingt das Musikvideo anschauen. Und jetzt auch da, jedes Mal, wenn ich es jetzt bei uns im besten Mix höre, werde ich, wahrscheinlich muss ich, ich hoffe, dass ich davor, danach nicht moderieren muss, weil ich glaube, ich werde die nächsten Mal echt so lachen müssen. Einfach weil, ach, guckt es euch an, ich finde es sehr schön. Tobi, siehst du das Feuer in deinen Augen? Auf jeden Fall. Ja, das ist ernsthafte, richtige Begeisterung. Dankeschön. Vielleicht werde ich versuchen durchzusetzen, dass wir in der Nachrichtenredaktion statt NTV auch MTV anmachen. MTV ist ja fast so ähnlich. Wenn ich das einfach so hinnuschle, können wir das so machen, demnächst in der MTV gucken, vielleicht funktioniert das dann. Dann habe ich auch wieder dieses Leuchten in den Augen vielleicht. Das wäre schön. Du hast doch immer ein Leuchten in den Augen. Ja. Nein, war ein Scherz, aber nicht. Das ist die Brille, da spiegelt sich das Lied immer wieder. So, meine Lieben. Wie, ist schon vorbei? Ja, es gibt ja eine neue Folge nächste Woche. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns ja noch ein bisschen... Aber ich glaube, nächste Woche passiert nichts. Hast du schon gecheckt? Ja. Was soll denn da passieren? Knippo hat Urlaub, kann nichts besprayen. Ja. Doch, im Urlaub. Wieso bin ich im Urlaub nächste Woche? Ich dachte, weil du gesagt hast, du sorgst für die ganzen Nachrichten, über die wir hier gesprochen haben. So, dass wenn wir nichts zu berichten haben, wärst du vielleicht nicht da. So, jetzt, jetzt. Ich weiß nicht, was er meint, aber ich lasse es einfach stehen. Ja, in dem Sinne. Ja, reicht ja, wenn die Hörer das wissen. Bis zum nächsten Mal. Wir sollten aber noch darauf hinweisen, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Du, um Gottes Willen, war ich darauf hin? Ja. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Themen, sonstige Dinge habt, die ihr uns wissen lassen möchtet, dann schreibt uns. Fotos von Bademänteln zum Beispiel. Zum Beispiel auch. Wenn ihr da was zu beitragen könnt, schreibt uns gerne redebedarf.radioessen.de. Da erreicht ihr den Stefan, den Joshua oder mich. Den Tobias. Danke. Ich wollte deinen Namen auch nochmal sagen. Das ist schön, es ehrt mich. Es ehrt dich und es erdet dich. Auch das ist erdet nicht auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Redebedarf.radioessen.de. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wir würden uns freuen. Und ansonsten, ruft uns ab, hört uns, empfehlt uns weiter. Spotify, iTunes, radioessen.de natürlich auch. Findet ihr uns. Stinke ich eigentlich? Nein. Du bist zu weit, für mich bist du zu weit weg. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich bin vielleicht schon so lange jetzt in diesem Raum drin, dass ich es nicht mehr merke. Gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.